Bin ich auch eine gute Christin, wenn ich bei manchen Predigten gerne widersprechen möchte? Eine neue Folge Knabberzeug rund um diese Frage, was ist eigentlich, wenn ich als Christ, Christin bei Predigten eigentlich am liebsten aufstehen würde und laut in die Kirche rufe, halt, stopp, das geht so nicht. Moin, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge, denn eine Person, vermutlich weiblich, weil sie ja gesagt hat, Christin, aber ich gehe mal davon aus, dass das für jedes Geschlecht gilt, die hat gefragt, bin ich auch eine gute Christin, wenn ich bei manchen Predigten gerne widersprechen würde? Und ich habe mir das richtig bildlich vorgestellt, irgendwie, ich predige, stehe da in der Kirche und plötzlich steht jemand auf und sagt, Jonas, es geht so nicht, das ist falsch oder das kannst du so nicht sagen. Und ja, wir werden das. Also ist das denn ein schlechter Christ oder eine schlechte Christin? Ich muss mal geschichtlich ein bisschen ausholen und vielleicht oder die meisten, wie soll ich das sagen, das ist immer doof, weil man sagt die meisten oder so, weil wenn du das denn nicht weißt, dann denkst du, du gehörst zur Minderheit. Also ich fange nochmal an und sage, wir unterteilen ja bei den Christen in verschiedene sogenannte Konfessionen, also in verschiedene Richtungen unseres christlichen Glaubens. Am bekanntesten in Deutschland sind dann katholisch und evangelisch und evangelisch wird häufig auch protestantisch genannt. Also da sagt man so die Protestanten oder auch im Englischen, glaube ich, ist das ein bisschen verbreiteter irgendwie, dass man das nutzt. Und woher kommt dieses Wort eigentlich Protestant? Protestant, soweit ich weiß, kommt das daher, dass tatsächlich Christen vor knapp 500 Jahren, wir sind jetzt so ungefähr bei Martin Luther, dass die protestiert haben, dass die gesagt haben, so geht das nicht. Und dass diese Gruppe von Christen deshalb erstmal negativ bewerten als Protestanten bezeichnet wurde. Ob das jetzt so ganz richtig ist, kann ja irgendein Historiker oder irgendjemand mit guter Google-Expertise bestätigen oder hier verneinen. Aber ich glaube, soweit ich weiß, das kommt daher und ich sage das nur, weil ich deshalb sagen würde, nein, ich sage es hiermit auch ganz deutlich, auf gar keinen Fall bist du ein schlechter Christ oder eine schlechte Christin, wenn du bei einer Predigt gerne mal widersprechen möchtest. Ich würde sagen, das gehört gerade dazu, denn für mich ist es nicht so, dass ich als Pastor zum Beispiel die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass du als Zuhörer oder Zuhörerin das fressen musst, was ich sage, sondern ich wünsche mir Austausch. Und ich meine das nicht nur auf einer menschlichen Ebene, sondern auch theologisch gesehen, glaube ich, dass wir alle quasi auf einer Stufe stehen. Das nennt sich, also sozusagen theologisch gesprochen, Priestertum aller Gläubigen. Und das meint quasi, es gibt nicht so, Gott ist oben, dann kommt ein Priester, der dazwischen steht und der vermittelt dann an uns, die da unten so auf der Erde herumlaufen und keine Ahnung vom Leben und von Gott haben. Sondern Priestertum aller Gläubigen, also alle Gläubigen sind quasi Priester und stehen gleichermaßen vor Gott. Es gibt also keinen Vermittler, keine Zwischenstufe, sondern wir alle stehen auf einer Ebene und haben eine gleich gute oder gleich schlechte grundsätzliche Möglichkeit, mit Gott Verbindung aufzunehmen. Deswegen, was ich eigentlich sagen will, ist es völlig legitim, dass man auch mal als Christ und Christin sagt, ich fand die Predigt Mist oder das sehe ich anders. Und das ist nicht nur auf legitim, weil wir hier Meinungsfreiheit haben, das ist mal so ganz nebenbei, sondern eben auch aus theologischen Gründen. Es ist nicht so, dass irgendwie der Prediger, der Pastor oder so weiter per se irgendwas gepachtet hat und deswegen immer richtig liegt. Und ich würde sogar andersherum sagen, ich finde, es gehört gerade zu uns als Christen und Christin auch mal zu protestieren. In jeglicher Hinsicht, aber eben auch, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um Predigt, wenn es um Auslegung der Bibel geht. Und wer dann Recht hat, das kann man ja dann diskutieren. Also ob es da überhaupt eine Lösung gibt. Manchmal stellt man ja auch fest, okay, wir haben einfach an manchen Punkten verschiedene Voraussetzungen. Also irgendwie du denkst Gott so und so und ich denke Gott so und so. Und deswegen kommen wir auch zum unterschiedlichen Ergebnis, was ja völlig in Ordnung wäre. Jetzt hat es bei mir geklingelt, so ist das manchmal im Pastorat, aber ich erzähle einfach weiter und gucke dann gleich mal, wer da war. Ich glaube, ich habe aber auch eigentlich schon genug gesagt für diese Folge Knabberzeug und hoffe, dass da für dich was dabei war, was hoffentlich hängen bleibt, protestieren. Ja, auch mal gegen Predigten, solange es aus meiner Sicht konstruktiv, friedlich, liebevoll ist. Und damit meine ich, ich finde es ja völlig okay, wenn jemand zum Beispiel meine Predigten schlecht findet. Aber wenn ihr auch auf manche YouTube-Kommentare guckt, da denke ich mir, ihr gebt mir dann manchmal Mühe, darauf zu antworten, aber merke, da ist gar keine Diskussionsbereitschaft. Ja, da möchte gar keine diskutieren, sondern eigentlich nur stänkern. Und darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht nicht darum, irgendwie einfach nur negative Energie zu verbreiten und irgendwas schlecht zu reden, sondern wenn man etwas hört und denkt, ich habe begründet eine andere Meinung oder ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei. Ich kann es noch gar nicht so richtig in Worte fassen, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, dann raus damit. Und fang gerne bei meinen Predigten an oder bei all dem, was du von mir oder von uns im Internet findest. Ich freue mich da wirklich immer drüber, über konstruktiven Austausch. Sei das Predigten, sei das dieses Knabberzeug. Von daher vielleicht ja heute mal einen Anlass, uns Feedback zu geben. Schreib gerne in die Kommentare oder uns eine Mail, Nachricht, ja, wie ist das bislang für dich? Zu lang, zu kurz, technisch, Bild gut, Ton gut oder schlecht? Und vor allem schick uns deine Fragen. Das, was dich interessiert, was du mal wissen möchtest, klären möchtest rund um Kirche, Glaube, Bibel, wir freuen uns darüber. Und in diesem Sinne, hoffentlich, bis zur nächsten Folge. Und in diesem Sinne, hoffentlich, bis zur nächsten Folge.